Else Uri Nesthäkchens erstes Schuljahr Elftes Kapitel Am grünen Strand der Spree Mutti, Vater, Mutti, Fräulein! In hellem Jubel stürmte Nesthäkchen in die Wohnung. Die Mappe flog in eine Ecke, der Federkasten nebst Bleistiften und Pudeltintenwischer sprang in die andere. Mutti, Fräulein Hanne, ach, hört doch bloß mal! Vor lauter Aufregung brachte die Kleine die wichtige Nachricht gar nicht heraus. Aber Lotte, ein kleines Mädchen darf doch nicht so ungestüm sein! Kopfschüttelnd blickte Frau Dr. Braun auf ihr Töchterchen. Sieh nur, wie du mit deinen Schulsachen umgehst, begann nun auch Fräulein ihre Strafpredigt. Aber sie kam damit nicht weit. Das vor Ungeduld zappelnde Nesthäkchen rief dazwischen, Ach, liebe einzige Mutti, bitte, bitte lass mich doch bloß heute einmal ungestüm sein. Wir machen ja morgen einen Schulausflug. Da war sie heraus, die große Neuigkeit. Und nun ging es unaufhaltsam weiter. Mit dem Dampfer fahren wir, einer ganz für uns allein, und eine Mark sollen wir mitbringen. Und unsere allerbesten Kleider brauchen wir nicht anzuziehen. Fräulein Hering möchte, dass wir uns schmutzig machen. Um neun Uhr an der Spreehaltestelle und Stullen soll sich jedes Kind nach seinem Hunger mitnehmen. Ich muss mindestens zwölf haben. Puppen sollen zu Hause bleiben. Ach, ich freu mich ja so mächtig. Von Mutti lief der kleine Unband zu Fräulein, das ebenfalls vor Glückseligkeit halbtot gedrückt wurde. Ja, weißt du denn überhaupt schon, ob wir es erlauben, dass du mitfährst, Lotte? Und er brach Mutti die Freudenausbrüche bedenklich. Im Augenblick war das noch eben strahlende Kindergesicht verwandelt. Mit ungläubigen Augen, mit herabgezogenen Mundwinkeln stand Nesthäkchen da. Aber, aber, wenn unsere Lehrerin es sagt, dann muss man doch gehorchen. Die Kinderstimme zitterte und die großen blauen Augen flimmerten von aufsteigenden Tränen. Nein, wirklich, Lotte, du bist mir noch zu klein zu solchem Schulausflug und vor allem zu unachtsam und zu wild. Lautes Geplär übertönte Muttis Rede. Ich krieg einen Tadel, wenn ich fehle. Ja, und wenn die anderen Kinder dürfen, dann muss ich auch noch dürfen. Es schrillte durch das ganze Haus. Still, Annemie, Hilles schicken wieder rauf und beschweren sich über den Radau, beschwichtigte Fräulein das schreiende Kind. Ist mir ganz gleich, wenn ich nur mit darf. Das Füßchen in den braunen Wadenstrümpfen begann vor Empörung sogar zu trampeln. Hör mal, mein Kind, wenn du so ungezogen bist, ist es bereits erledigt, dass du zu Hause bleibst, warnte die Mutter. Aber, wenn ich artig bin, ach, liebe süße Mutti. Klein Annemarie brach plötzlich in ihrem Quälen ab und stürmte zur Korridortür. Dort hatte es soeben geschlossen. Vater kam nach Hause. Nesthäkchen wusste schon, an wen es sich mit seinen Bitten wenden musste. Vati liebes einziges Vatchen. Da hing die Kleine an seinem Hals und presste das tränenfeuchte Gesicht an Vaters reinen Kragen. Na, Lotte, mal wieder Überschwemmung, warst du unartig? Nee, schrecklich artig. Bloß, weil wir morgen ne Landpartie machen, die ganze Klasse. Und Mutti mich nicht mitlassen will heulich. Ach, Vatchen, erlaub es doch, ja. Sieh mal, ich bin doch gar nicht mehr so klein. Margot ist viel jünger und Pummelchen einen ganzen Kopf kleiner. Und die dürfen doch auch. Dabei drehten die Kinderhändchen, bittend an Vaters Jackenknopf, bis derselbe ab war. Na, wollen mal sehen. Dr. Braun hatte nicht Lust, sich noch mehr Knöpfe von den bettelnden Kinderhänden abreißen zu lassen. Du erlaubst es, auf fein, in Annemaries Gesichtchen ging plötzlich wieder die Sonne auf. Mutti, Mutti, Vater, erlaubt es, weil ich schon so groß bin. Wie der Wind ging es zum Wohnzimmer zurück. Könnte nicht Fräulein unsere Lotte begleiten, daß der Windfang beaufsichtigt ist, stellte Dr. Braun, der seinem Kleinen schwer einen Wunsch abschlug, vor. Nee, ach nee, dann ist es gar nicht richtig. Margot bringt auch ihre Emily nicht mit. Und ich bin doch schon sieben Jahre. Der Sonnenschein auf Nesthäkchens Antlitz wurde wieder von einer Wolke verdunkelt. Und wenn wir unsere Puppen nicht mitbringen sollen, dann dürfen lebendige Fräuleins doch erst recht nicht mit. Bitte, bitte, Vatien! Wieder kamen Dr. Brauns Jackenknöpfe in Gefahr. »Fräulein aber«, sagte vorwurfsvoll, »ich habe immer geglaubt, meine kleine Annemie hätte mich lieb, und nun will sie mich zu Hause lassen? Ach, Fräulein, bloß morgen, sonst nehme ich dich auch immer mit. Aber du bist doch nicht in der zehnten Klasse. Fräulein Hering hat noch extra gesagt, bloß die Schülerinnen der zehnten Klasse. Und Fräulein Hering wird schon auf mich aufpassen, und der liebe Gott auch. Nachdem Frau Dr. Braun sich noch bei Frau Thielen erkundigt hatte, ob dieselbe ihrer kleinen Margot die Teilnahme gestattete, gab auch sie schließlich, wenn auch schweren Herzens, ihre Einwilligung. Nun war wieder eitel Sonnenschein bei klein Annemarie. »Hänschen, Kläuschen, wir machen morgen einen Schulausflug mit dem Dampfer!« Wie ein Gummiball sprang das kleine Schwesterchen in das Zimmer der Brüder. »Pah«, machte Klaus geringschätzig, »wir machen nächstens auch einen, aber mit Kremsern, und da baumeln bunte Lampions dran!« So versuchte er, sie zu übertrumpfen. »Aber Dampferfahren ist viel feiner, da kann man richtig bei ersaufen!« »Ätsch, siehste!«, prallte klein Annemarie wieder. »Du, lass das nicht, Mutti, hören, sonst musst du noch zu Hause bleiben, wenn du solche Absichten hast!«, warnte der große Bruder Hans. »Ach wo, ich will doch gar nicht ersaufen!«, beteuerte die Kleine eifrig. »Aber, Kläuschen, ich habe eine Riesen-Riesenbitte an dich!« »Tu es doch, ja?« »Nee«, lehnte dieser kurz ab. Er erfüllte überhaupt nicht gerne bitten, Riesenbitten noch weniger, und nun noch gar Riesen-Riesenbitten. »Nee, dafür war Kläuschen ganz und gar nicht zu haben.« »Dann du, Hänschen, nicht wahr? Du tust mir den Gefallen.« Die kleine Schmeichelkatze begann zärtlich mit ihren Tintenfingerchen das Gesicht des Terzianers zu streicheln. »Erst muss ich wissen, was es ist.« »Deine Botanisiertrommel, nicht wahr? Du leist sie mir morgen. Glaubst du wohl, dass zehn Stullen hineingehen, Hänschen?« »Du, sogar noch dazu, Kleines«, lachte der gute Bruder, langte die große grüne Trommel vom Nagel und hängte sie Klein-Anne-Marie um die Schulter. Tatsächlich, sie war nicht viel kleiner als Nesthäkchen selbst. »Du bist mein aller, allerbestes Hänschen!« Ale-Marie war ganz und gar von Dankbarkeit erfüllt. Aber Klaus schämte sich jetzt seiner unfreundlichen Abweisung, als er das gute Beispiel seines Bruders sah. »Wenn du mein Schmetterlingsnetz zu der Landpartie haben willst?« »Meinetwegen«, sagte er zögernd, indem er seinem Herzen einen Stoß gab. Nun hatte Anne-Marie eigentlich bisher gar nicht daran gedacht, das Schmetterlingsnetz von Klaus mitzunehmen. Aber was einem geboten wird, muss man ergreifen. Allzu oft kamen solche Lebenswürdigkeiten bei Kläuschen nicht vor. »Wenn es nun aber morgen regnet?«, fragte Klaus plötzlich. »Dann hört es wieder auf!«, schrie Nesthäkchen wütend. Der dumme Klaus hatte immer so abscheuliche Ideen. »Was meinen Sie, Hanne?«, fragte Anne-Marie zweifelnd ihre gute Freundin Hanne, »ob es morgen wohl regnen wird?« »Ist schon möglich«, war die nicht sehr verheißungsvolle Antwort. »In meiner großen Zehe muckert es wieder. Aber trotzdem es in Hannes großer Zehe muckerte, schaute am nächsten Morgen die goldene Sonne auf das schlafende Nesthäkchen herab. Denn artige Kinder sieht die liebe Sonne gern, da versteckt sie sich nicht hinter Wolken. Und wenn Anne-Marie schlief, war sie immer artig. »Hurra!«, jubelnd, ließ sich die Kleine fertig machen. Mit hellblauem Waschkleidchen und blauem Leinenhut angetan, stolzierte Anne-Marie in der einen Hand das Regenschirmchen, in der anderen das Schmetterlingsnetz von Klaus durch alle Zimmer. »Lotte, versprichst du mir auch artig und nicht zu wild zu sein und keine Dummheiten zu machen?« »Wohl zum dritten Male«, fragte es die Mutter. Nesthäkchen versprach alles. Es war ja so unmenschlich glücklich, dass es mitdurfte. Hanne brachte die Botanisiertrommel mit Butterbroten. Aber trotzdem dieselben reichlich bemessen waren, blieb noch viel Platz darin. »Ob ich?«, überlegte Anne-Marie, und kaum war dieser Gedanke in ihrem Köpfchen aufgetaucht, da hatte sie ihn auch schon ausgeführt. Gerda, ihr Liebling, die ihr den ganzen Morgen schon leidgetan hatte, weil ihre blauen Glasaugen so sehnsüchtig die Vorbereitungen zur Landpartie verfolgten, Gerda saß plötzlich in der grünen Botanisiertrommel. Neben sämtlichen Stullen, sie ging gerade noch rein. Dagegen konnte Fräulein Hering nichts haben. Puppe Gerda nahm doch keinem einen Platz weg. Nachdem Klein-Anne-Marie von Vater noch zehn Pfennige und von Mutti ebenfalls einen Groschen geschenkt bekommen hatte, mit der Weisung, das Geld aber nicht zu vernaschen, sondern einen guten Gebrauch davon zu machen, konnte es endlich losgehen. Die Mark wollte Fräulein, die Anne-Marie zum Dampferanlegerplatz brachte, lieber selbst der Lehrerin übergeben, sonst verlor Anne-Marie sie unterwegs noch. »Viel Vergnügen, sei artig, trinke nicht, wenn du erhitzt bist!« So klang es noch hinter dem selig mit Botanisiertrommel und Schmetterlingsnetz abziehenden Nesthäkchen her. Aus der Nebentür wurde Freundin Margot mit ähnlichen Mahnungen entlassen. Es war ein hübsches Bild an dem Dampferplatz der Spree. Lauter kleine Mädchen mit rosigen Gesichtern und erwartungsvoll glänzenden Augen. Zuerst wurde der Lehrerin die Mark Zehrgeld abgeliefert. Nun zählte Fräulein Hering die ihr anvertrauten Schützlinge, ob alle beisammen wären. Dann endlich durften die ungeduldigen Kleinen auf den Dampfer hinauf. Mit der Wasserfahrt, die den Kleinen am verlockendsten an dem ganzen Ausflug erschienen war, erging es ihnen, wie es einem oft im Leben ergeht. Als sie anfing, als die Wellen so lustig um den Dampfer tanzten und der weiße Schaum so übermütig sprudelte, war es herrlich. Und als sie zu Ende war, da war es noch viel herrlicher. Den quecksilbrigen Kindern wurde das Stillsitzen zu lang, denn Fräulein Hering erlaubte nicht, dass auf dem Dampfer herumgelaufen wurde. Annemarie und Margot, die beiden kleinen Freundinnen, saßen natürlich zusammen. Sie schauten beide einträchtig in die schwarze Wassertiefe, in der es so lustig von kleinen Dampferwellen sprudelte. »Annemarie, lege dich nicht so weit über das Geländer hinüber«, rief Fräulein Hering warnend. Aber Annemarie hörte nicht. Sie mußte sehen, wo die niedliche kleine Welle hinsprang. Da ergriff der Wind aus Ärger über das ungehorsame Kind plötzlich nach Annemaries Leinenhütchen. »Hui«, riß er es ihr von den Locken. »Hui«, wirbelte er es, mitten hinein in die tanzenden Wellen. »Mein Hut, halt, mein Hut«, schrie die Kleine erschreckt. »Ach, lieber Herr Kapitän, halten Sie doch bloß einen Augenblick an, daß ich mir mein Hütchen wieder angeln kann.« Sie versuchte mit dem Schmetterlingsnetz vergebens, den Ausreißer zu erwischen. Da, oh Pech, entglitt der Stock den kleinen Händen. Kläuschens Schmetterlingsnetz segelte hinter dem blauen Leinenhütchen her nach Berlin zurück. Die Kinder waren sämtlich in begreiflicher Aufregung, während Annemarie den Ausflug, auf den sie sich so unbändig gefreut, gleich mit Tränen einweihte. »Mutti wird schimpfen, und Fräulein auch, daß ich so unachtsam gewesen bin«, jammerte sie. »Ach, und was wird Kläuschen zu seinem Schmetterlingsnetz sagen?« Fräulein Hering hatte einen Schiffsjungen veranlaßt, mit einer langen Stange Jagd auf Annemaries Hut zu machen. Aber die Strömung war zu stark. Pfeilschnell schwammen Hut und Netz davon. Auf Nimmerwiedersehen!« »Wo reist mein Hütchen jetzt hin?« erkundigte klein Annemarie sich bei der sie freundlich tröstenden Lehrerin. »Erst die Spree entlang und dann in die Havel. Denn dort hinein mündet die Spree,« belehrte sie Fräulein Hering. »Und dann?« »Dann geht's in die Elbe und von dort in das Meer.« »Ach!« Nesthäkchen riß die Blauaugen kugelrund vor Verwunderung auf. Solch eine große Reise machte ihr Hut, am Ende gar bis nach Afrika. Fast tat es der Kleinen leid, daß sie nicht selbst ins Wasser gefallen war und die weite Seereise mitmachen konnte. »Ich habe von meinem Papa einen Groschen geschenkt bekommen. Vielleicht kannst du dir dafür einen neuen Hut kaufen.« Die gute kleine Margot wischte mit ihrem Tüchlein Annemaries nasses Gesichtchen ab. »Danke schön, Margot, aber ich habe auch Geld bekommen, zwei Groschen sogar.« Ganz gerührt war Nesthäkchen von der Uneigennützigkeit ihrer Freundin. Zum Dank öffnete sie ihre Botanisiertrommel, freilich nur einen Spalt breit, und ließ Margot hineinschauen. »Hach!« machte sie, als sie die eingeschmuggelte Puppe erblickte, aber Annemarie hielt ihr schnell den Mund zu. »Nicht verraten!« flüsterte sie dabei. Nun hatten die beiden kleinen Freundinnen ihr erstes Geheimnis miteinander. Endlich war man am Ziel. Am grünen Strand der Spree. Paarweise ging es durch den rauschenden Wald in das Forsthaus, in dem das Frühstück eingenommen werden sollte. Hell erschallte es von fünfzig Kinderkehlen. »Das Wann, dann ist es Müllers Lust!« Auf weichem Moosteppich standen lange Holztische. Die nette Frau Försterin schleppte mit ihrer Anna große Gläsermilch herbei für all die durstigen Mäulchen. »Hei, wie das schmeckte!« »Wie schnell die Butterbrote vertilgt waren!« Dann wurde im Wald gespielt. »Schwesterchen, komm mit!« »Und verwechsel das Bäumchen!« Der sonst so stille Wald heilte von Jubel, Rufen und Jauchzen wieder. Nur eine blieb abseits von all den fröhlichen Kleinen und hätte doch so gern unter ihnen geweilt und mitgespielt. Das war Puppe Gerda in ihrer Botanisiertrommel. Ach, dann wäre sie schon lieber daheim geblieben, in der luftigen Kinderstube, als sich hier in dem dunklen Blechgefängnis zu langweilen. Anne-Marie tat ihr eingesperrtes Nesthäkchen leid. Sie gab Margot heimlich einen Wink und beide verschwanden aus dem lustigen Kreis hinter hohen Wacholterbüschen. »Meine kleine Gerda mobst sich so ganz allein. Wollen wir mit ihr Mutter und Kind spielen, Margot?« bat Anne-Marie. »Ich möchte lieber erst Fräulein Hering um Erlaubnis fragen«, meinte die artige Margot schwankend. »Ach was, dann ist Fräulein erst böse, daß ich meine Gerda mitgebracht habe. Komm nur«, wehrte Anne-Marie ab. Margot ließ sich überreden. Die beiden Kinder richteten sich in einer Moosgrube, die ringsum mit Heidelbeergestrüpp bestanden war, eine Wohnung ein. Gerda wurde aus ihrer Gefangenschaft befreit, und alle drei spielten wunderschön miteinander. Sie hörten es nicht, daß Fräulein Hering zum Aufbruch sammelte, denn das Mittagbrot sollte in einem am Wasser gelegenen Gartenlokal eingenommen werden. »Na, sind wir alle beisammen?«, fragte die junge Lehrerin, ehe man von dem freundlichen Forsthaus Abschied nahm. »Ja, ja«, erschallte es ringsum. Aber das vorsichtige Fräulein Hering gab sich mit dieser Versicherung noch nicht zufrieden. Sie begann, die an ihr vorüberziehenden Kinderpaare zu zählen. Da stellte es sich heraus, dass zwei fehlten. Aber welche waren es von den Kleinen? Fräulein Hering begann mit lautem »Holdrio, Kinder, wo seid ihr?«, die nächste Umgebung zu durchstreifen. So kam sie auch an jene Mooswohnung hinter hohen Wacholdermauern. Sie lugte durch ein grünes Zweigfensterlein. Da sah sie eine wunderhübsche Puppe wie ein Älfchen mitten im Grünen sitzen. Auf dem Sofa aus Heidelbergkraut lag die gnädige Frau Annemarie und hielt ihr Mittagsschläfchen. Margot aber kniete auf der anderen Seite der Wohnung und kochte eifrig Grünkohl für die Puppe. »Aber, Kinder, wo steckt ihr denn? Was soll denn das heißen, von den anderen fortzulaufen und hier für euch zu spielen? Und Puppen sollten doch überhaupt nicht mitgebracht werden. Bei einem Haar hätten wir euch hier im Walde vergessen und wären ohne euch weitergegangen.« Nie war Fräulein Hering jemals zu den Kindern so ärgerlich gewesen. Margot fing dann auch sofort an zu heulen. Annemarie steckte aus Verlegenheit den Finger in den Mund. Auch ihr München zitterte vor verhaltenem Weinen. Die einzige, die ihre Ruhe behielt, war Puppe Gerda. »Na, Wein nützt nichts, jetzt kommt, und seid künftig nicht mehr so unartig«, sagte die Lehrerin, schon wieder ein klein wenig freundlicher. Aber klein Annemarie war das Bewusstsein zu schmerzlich, dass Fräulein Hering böse auf sie war. Sie hängte sich an ihren Arm und bettelte. »Bitte, liebes Fräulein Hering, seien Sie doch wieder gut mit uns. Meine kleine Gerda hat doch so traurige Augen gemacht, weil sie zu Hause bleiben sollte. Da nickte Fräulein Hering den beiden kleinen Sünderinnen verzeihend zu. Doch als Annemarie sich jetzt zurückwandte, um ihr Puppenkind wieder in die Botanisiertrommel zu stopfen, rief die Lehrerin entsetzt. »Aber Annemarie, wie siehst du denn aus? Du hast ja dein hübsches Waschkleidchen voller Blaubeerflecke.« Auch Margots Kehrseite zeigte eine ähnliche bläuliche Färbung wie die ihrer kleinen Freundin. »Ach, das gab zu Hause sicher Schelte!« Ganz kleinlaut zogen die beiden in ihren verdorbenen Kleidern hinter den anderen her. Aber wenn die Sonne einem so lustig zublinzelt, wenn die Vöglein so jubelnd zwitschern und die Käfer einen so übermütig umsummen, dann hält solch Kinderschmerz nicht lange vor. Annemarie und Margot stimmten bald in den munteren Sang der anderen Kleinen mit ein, und als das Spree-Restaurant erreicht war, hatten die beiden nur noch eine Sorge, wie man wohl am besten die erhaltenen Groschen verwenden könnte. »Will einer Himbeerlimonade trinken?« fragte der Kellner mit großen Gläsern des verlockenden roten Getränks die Runde machend. »Ich, ich!« rief es hier und da. »Ja, ich!« bat auch klein Annemarie mit begehrlichen Augen. Der Kellner hielt ihr ein Glas Limonade hin. »Kostet zehn Pfennig«, sagte er. »Ach, nee, ach, nee, lieber nicht«, rief die Kleine erschrocken, denn ans Bezahlen hatte sie nicht gedacht. »Was hatte sie denn davon, wenn sie die Himbeerlimonade ausgetrunken hatte?« »Gar nichts.« »Du wolltest dir ja einen neuen Hut kaufen, Annemarie«, erinnerte sie Margot. »Vielleicht gibt es dort drüben an der Würfelbude einen.« Die Würfelbude war dicht von den Kindern umlagert. Annemarie und Margot drängten sich bis nach vorn. Dort gab es allerlei herrliche Sachen, aber vergebens schaute Annemarie nach einem Hut aus. Da hatte ihr die Budenbesitzerin auch schon den Würfelbecher in das Händchen gedrückt. »So, kleines Fräulein, nur Mut, jeder Wurf über zwölf gewinnt.« Annemarie schüttelte erfreut den Becher. Wie nett von der Frau, sie würfeln zu lassen. »Eins, zwei, drei, vier, fünf Augen. Nee, Fräuleinchen, das ist zu wenig. Ein Groschen bitte.« Annemarie erschrak bis in ihr kleines Herz hinein. »Was, einen ganzen Groschen sollte sie für das dumme Würfeln opfern?« »Nein, der war ihr viel zu schade. Sie gab ihn nicht her.« Aber die Frau hielt sie an der Schulter fest, als sie Miene machte, fortzulaufen. »Erst mein Groschen!«, verlangte sie empört. Da wagte das kleine Mädchen keine Widersprüche. Traurig holte es das kleine rote Portemonnaie hervor, und noch trauriger nahm es von seinem Groschen Abschied. »Was kriege ich denn dafür?«, fragte sie schließlich, als jetzt andere Kinder würfelten und sich etwas von den hübschen Sachen aussuchen durften. »Du, ja nischt, du hast ja verloren. Mach, dass du wegkommst, und nimm den anderen nicht den Platz weg.« Die barsche Art der Frau bewirkte es mehr noch, als der Schmerz um den verlorenen Groschen des Annemaries Tränen wieder zu fließen begann. Selbst Margots Trostworte wollten nichts nützen. Erst als Hilde Rabe ihr ein allerliebstes Armband zeigte, daß sie dort drüben aus einem Automaten gezogen, kehrte bei Nesthäkchen die Freude am Leben zurück. Sie besaß ja noch einen ganzen Groschen. Dafür konnte sie sich noch viel kaufen. Wunderbare Sachen waren in dem Automaten drüben. Kleine Uhren, Broschen, Armbänder, Puppenhalsketten, Kamm und Bürstchen, Spiegel und noch allerlei Schönes. Annemarie stand geblendet. Sie wußte nicht, was sie für einen Groschen wählen sollte. Mutti hatte doch extra gesagt, sie solle einen guten Gebrauch davon machen. Was meinst du, Margot, was ist besser, soll ich die schöne Puppenkette nehmen oder die niedliche Uhr, überlegte sie eifrig. Margot war für die Kette. Aber Annemarie fand eine Uhr praktischer. Sie sollte ihren Groschen ja verständig annehmen. Also ich nehme die Uhr, sagte sie laut zu dem Automaten und warf ihm ihren Groschen in den Schlund. Sie zog am Griff und hielt eine Zigarettenspitze in der Hand. Nee, nee, der hat sich geirrt. Ich wollte ja die niedliche kleine Uhr. Das olle Ding hier mag ich nicht. Das tausche ich um. Auf Nesthäkchens Geschrei eilten die Lehrerin und der Kellner herbei. Ja, das geht immer der Reihe nach. Aussuchen ist beim Automaten nicht, sagte der Kellner, als er das Unglück vernommen. Fräulein Hering aber konnte sich nicht helfen. Sie musste laut lachen. Nicht wahr? Der liebe Gott tauscht mir das olle Zigarrending doch um oder gibt mir wenigstens meinen Groschen wieder, fragte klein Annemarie schluchzend mit rührendem Vertrauen. Der liebe Gott? verwunderte sich die Lehrerin. Naja, der liebe Gott kriegt doch das Geld vom Automaten, belehrte sie die kleine weinende Schülerin. Aber Kind, wie kommst du denn auf solchen Unsinn? Na, wo bleibt's denn sonst? Man sieht doch niemand, der's kriegt. Und immer, wenn man was nicht sieht, dann ist's der liebe Gott, behauptete klein Annemarie. Nein, Kind, das Geld bekommen die Menschen, denen der Automat gehört, mußte Fräulein Hering, so leid es ihr auch tat, die kindliche Hoffnung zunichte machen. Ist ja nicht wahr, der liebe Gott hat mir meinen Groschen ja schon wieder geschenkt. Unter Tränen hielt Annemarie mit glücklichem Lächeln einen neuen Groschen in der Hand. Aber als sie sich umwandte, da standen Vater und Mutter hinter ihr, die hierher gefahren waren, um sich nach ihrem Nesthäckchen umzusehen. Vater hatte seinem Liebling den Groschen ersetzt. Vater, Mutti, jauchzte die Kleine, und aller Schmerz, alle Enttäuschung waren vergessen. Umso enttäuschter aber war Frau Dr. Braun beim Anblick ihres Töchterchens. Um Himmels Willen, das schöne Kleid! Und wo hast du denn deinen Hut, Lotte? Der schwimmt nach Afrika, und das Schmetterlingsnetz von Kläuschen dazu, gab Nesthäckchen etwas zögernd Auskunft. Aber für meinen neuen Groschen kaufe ich mir in Berlin einen anderen, setzte sie gleich beruhigend hinzu. Doch als man abends singend wieder in Berlin einzog, da war Nesthäckchens letzter Groschen dem Leinenhütchen und dem Schmetterlingsnetz gefolgt. Annemarie hatte ihn auf dem Dampfer verloren. Margot dagegen hatte ihren Groschen einem armen Mann mit einem Stelzfuß geschenkt, und der hatte ihr dafür Gottes Segen gewünscht. Wer von den beiden kleinen Mädchen hatte wohl einen besseren Gebrauch von seinem Gelde gemacht? KanRunger Versteigen Navえ Abskind Groschen Ab ein Halt